Gottes Gegenwart spielerisch zu entdecken, das ist die Idee von Frank Lorbach gewesen, der sich selbst einen modernen Mystiker nennt und dabei unglaublich viel geschafft und bewegt hat, der ganzen Welt unterwegs war und vor allem eben meinte, dass man Glaube und Mystik und Religion nicht immer so ernst nehmen sollte, sondern mit viel Spaß und Freude sich auf der Suche nach der Gegenwart Gottes machen kann. Frank Lorbach war Amerikaner, er hatte seine Hauptwirkungszeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, er studierte Soziologie und promovierte auch zum Doktor der Soziologie und von seinem Soziologiestudium her interessierte ihn vor allem eine Frage, nämlich, welche Ursachen Armut in der Welt hat und wie man Armut am besten bekämpfen könnte. Und er selbst fand für sich die Antwort, dass man Armut dann am besten bekämpfen könnte, wenn man Menschen, die bisher nicht Lesen und Schreiben gelernt haben, also Alphabeten sind, wenn man ihnen Lesen und Schreiben beibringen würde und zwar nicht nur so, dass sie es für sich selber lernen würden, sondern dass sie zugleich auch eine Methode lernen, mit der sie es dann wiederum gleich auch anderen beibringen würden. Sein System Each One Teach One ist so erfolgreich geworden, dass ganz viele Regierungen und auch Länder der Welt, Frank Lorbach, einluden, um dieses sein pädagogisches System Lesen und Schreiben zu lernen, auch dort in den verschiedenen Ländern vorzustellen. Er bereiste also in seinem Leben über 100 Länder dieser Welt, 105, um genau zu sein. Und natürlich fragt man sich, woher kann ein Mensch diese Kraft, die Power, diese Energie, vielleicht auch die Lust und Freude aufbringen, sich so zu investieren, so aktiv zu sein, so für Menschen sich einzusetzen. Und Frank Lorbach hat das sehr schön auch beschrieben, nämlich in einer Sammlung von Briefen, die er an seinen Vater schrieb, die sind zusammengefasst und auch auf Deutsch veröffentlicht worden, in diesem Büchlein, in jeder Minute bist du da, spielerisch die Gegenwart Gottes entdecken. Und diese Briefe an seinen Vater, in denen erläutert er, woher er die Kraft nahm, sich so zu investieren und auch so zu leben, wie er das gemacht hat. Und sein Schlüssel hat eben genau mit dieser Idee zu tun, dass er aus der Gegenwart Gottes heraus gelebt hat, dass er so gelebt hat, dass er mit der Gegenwart Gottes in seinem Leben gerechnet hat. Und das beschreibt er sehr schön, auch wie er sich auf die Suche danach gemacht hat, mehr mit der Gegenwart Gottes in seinem Leben zu rechnen. Und der zweite Teil dieses Büchleins, also dieses deutschen Büchleins, das ist dann nochmal ein Leitfaden, wie er auch dieses, was er für sich entdeckt hat, die Gegenwart Gottes eben im eigenen Leben auch praktisch werden zu lassen, wie er das auch anderen beibringen wollte. Das ist ursprünglich dieser zweite Teil ein kleines Heft gewesen, The Game with Minutes, also das Spiel mit Minuten. Und worum es da genau geht, das will ich euch in den folgenden fünf Impulsen, also fünf Ideen, die man aus diesem Briefen Lorbecks an seinen Vater entnehmen kann, das will ich euch darin vorstellen. Erster Impuls, Fenster aufmachen für Gott. Ganz am Anfang seiner Briefe sagt Frank Lorbeck mal so ganz bescheiden, er habe eigentlich überhaupt nichts Besonderes gemacht, er habe eigentlich nur Fenster aufgemacht für Gott, den ganzen Rest, das habe Gott erledigt. Also das klingt so ein bisschen wie bei Martin Luther, der ja mal sagte, er habe eigentlich nichts Besonderes in seinem Leben gemacht, außer mit Meister Melanchthon zusammen sein Wittenberges Bier getrunken, den Rest habe Gott selbst erledigt. Natürlich ist das nur die halbe Wahrheit, Frank Lorbeck hat sicherlich gut studiert und promoviert und sein Fach auch gut gekonnt und beherrscht und sich auch eingesetzt. Aber was er vor allem damit meint, ist, dass er nichts gemacht hat, um irgendwie Gott in Bewegung zu setzen. Also er hat auch nichts machen müssen, um sich in die Nähe Gottes zu bringen, sondern was er gemacht hat, ist diese Wahrheit ernst zu nehmen, dass Gott immer schon da ist, dass Gottes Gegenwart immer schon gegeben ist, dass wir als Menschen selber nichts machen müssen, um uns in die Nähe Gottes zu bringen, weil Gott schon direkt bei uns ist. Das Einzige, was wir eben machen müssen, ist da, wo wir Fensterläden zugeklappt haben, wo wir Gottes Gegenwart nicht sehen und wahrnehmen können, dass wir da diese Fensterläden wieder aufmachen müssen, damit wir Gottes Gegenwart in unserem Leben eben sehen und wahrnehmen können. Insofern ist das auch eine schöne Antwort auf die Frage, die oft in Richtung mystischer Methoden gestellt wird. Wie ist das eigentlich? Was müssen wir eigentlich tun? Ist das nicht Werkerei, wenn man in einer Mystik bestimmte Methoden vielleicht auch der Meditation empfiehlt? Gilt nicht das Prinzip der Gnade? Da kann man mit Lorbeck einfach nur sagen, ja natürlich, die Gegenwart Gottes ist uns durch Gnade geschenkt. Die können wir uns nicht erkaufen, nicht erwerben, uns nicht näher bringen, weil sie immer schon als Geschenk da ist. Das Einzige, was wir tun müssten, wären die Augen aufzumachen für seine Gegenwart. Und natürlich ist auch das ein Geschenk der Gnade, dass das gelingt, aber das nimmt uns eben auch ganz mit auf diesen Weg. Also die Idee ist Fenster aufmachen, Augen aufmachen für die Gegenwart Gottes im Leben. Und wie kann das gelingen? Zweiter Impuls, das Denken immer wieder ausrichten auf Gott. Ist eigentlich ganz simpel. Also wahrscheinlich leben die meisten von uns, ich selber auch so, dass wir ganz oft vergessen, dass Gott da ist, ganz konkret da ist in unserem Leben, dass er dort wirkt. Und Frank Lorbeck hat daraus ein Spiel gemacht, dass er eben dieses Spiel mit Minuten nannte und sich vorgenommen, ich will ganz oft im Tagesverlauf auch ganz konkret und oft während einer Stunde, vielleicht sogar einmal kurz in jeder Minute daran denken, dass Gott hier ist, in meinem Leben hier am Werk ist. Das will ich nicht vergessen, sondern mir ganz konkret in Erinnerung rufen und an ihn denken. Also so ein wirklich Gefühl für seine Gegenwart zu haben. Ich habe lange Zeit auch gedacht, das ist ja irgendwie komisch. Kann man das so machen, dass man immer wieder kurz an etwas denkt im Leben, ist man da nicht zu sehr abgelenkt, muss man nicht eigentlich arbeiten, konzentriert sein. Ich glaube heute, gerade wir als Smartphone-Nutzer, wir wissen, man kann eigentlich fast jede Minute kurz an was denken. Allein der Gedanke, oh, gibt es wieder eine WhatsApp-Nachricht oder eine Facebook-Nachricht, irgendwas in der Richtung, das haben wir fast so mitlaufend. Und so wie wir solche Gedanken bei uns mitlaufend haben, so hat Frank Lorbeck für sich gedacht, ich will das entwickeln, dass ich immer diesen Gedanken mitlaufend habe, oh, hat Gott mir vielleicht was zu sagen? Oh, Gott ist da. Ich will in dem, was ich jetzt tue, mit Gottes Gegenwart rechnen. Also er sagt zum Beispiel an einer Stelle, morgens will ich nicht aus dem Bett aufstehen, bevor ich nicht ganz und gar mich eingestellt habe auf dieses Gefühl, auf diesen Grundsatz, Gott ist da. Und wenn ich mir das wirklich so ganz tief in mein Inneres hineingezogen habe, dann kann ich das Bett verlassen und in den Tag starten. Es ist vielleicht eine schöne Sache, den Tag zu beginnen, nicht so alleine sich durchkämpfen zu müssen, sondern von Aufstehen an mit der Gegenwart Gottes, mit seiner Hilfe, mit seiner Führung zu rechnen. Daraus hat er sogar ein Spiel gemacht, auch in seiner Gemeinde, das ist ja auch hier erwähnt in diesem Heft, das Spiel mit Minuten, dass man wirklich das mal so beobachten soll, wie oft kriegt man das hin, so in einer Stunde oder im Tagesverlauf wirklich daran zu denken, dass Gott da ist. Das also echt zu trainieren. Dritter Impuls, den Willen auf Gott ausrichten. Nach Gottes Gegenwart zu fragen, das hieß für Frank Lorbeck, immer auch zu fragen, was will Gott eigentlich, dass ich tun soll? Was ist das Gute, was ich jetzt tun kann? Und das ist in gewisser Weise die ethische Komponente, der ethische Aspekt der christlichen Mystik. Es gibt ja, das haben wir auch schon in diesen Reihen zur Mystik festgestellt, ganz unterschiedliche Wege der Mystik, auch in verschiedenen Religionen unterschiedliche mystische Ansätze, die in vielen sich ähneln, aber doch auch akzentuierte Unterschiede aufweisen. Und ich denke, eine Besonderheit oder ein Aspekt auch christlicher Mystik besteht gerade darin, dass sie immer auch wieder die Frage nach dem guten Handeln stellt. Was ist das Gute? Was ist das Heilsame? Wo kann man sich auch engagieren für eine Welt, in der das Gute und das Heilsame wächst? Dass es also nicht nur darum geht, das Übel zu ertragen, hinzunehmen. Das muss man oft genug sicherlich tun. Da kann man oft auch nichts dran ändern. Aber ein ganz wesentlicher Aspekt war von Frank Lorbeck, dass Gott in dieser Welt wirkt, um sie zum Heilvollen hin zu verändern und dass er seinen Beitrag dazu leisten will, dass er immer wieder gefragt hat, Gott, was willst du, was ich jetzt tue? Was ist das Heilsame, was du jetzt durch mich geschehen lassen willst? Soweit, dass er sagte, wenn ich Schreibmaschine schreibe, dann wollte ich, dass Gott durch meine Finger hindurch schreibt. Und das ist ja schon mal interessant, wenn man sich fragt, also jetzt für uns moderne Menschen, wenn Gott WhatsApp schreibt oder Facebook-Kommentare, was würde er durch meine Finger da schreiben wollen? Da würden sich wahrscheinlich so manche Kommentare erübrigen, so manche blöden Bemerkungen, zu denen man sich so hingerissen fühlt. Wir würden vielleicht auch ganz anders miteinander reden, wenn wir fragen würden, was würde Gott vielleicht durch meinen Mund jetzt zu jemand anderem sagen? Das war die Idee, die Frank Lorbeck so ganz weit in seinem Leben ausgebreitet hat. Vierter Impuls, das Bewusstsein für die Kooperation mit Gott in kleinen Dingen, so nennt es Frank Lorbeck. Also er hat den Eindruck an ganz vielen Stellen seines Lebens und beschreibt es dann auch so schön, je mehr er mit der Gegenwart Gottes rechnet, je aufmerksamer und je achtsamer er wird für die Gegenwart Gottes und das Wirken Gottes in seinem Leben, desto mehr macht er die Erfahrung, dass sich Dinge fügen, dass er vielleicht auf der Suche nach etwas ist und kaum dreht er sich um, da ist es schon da, dass er denkt, er müsste jemanden treffen oder es müsste etwas passieren und er geht drei Schritte weiter und das, was er gebraucht oder gesucht hat, das fällt ihm praktisch vor die Füße. Also Gelegenheiten und Wendungen im Leben, die man sonst vielleicht gar nicht wahrnehmen würde, an dem man vorbeigehen würde, aber mit diesem geschärften Blick, mit dieser Wahrnehmung und der Erwartung, dass Gott tatsächlich handelt, man die dann wahrnehmen kann und auch erfährt. Ich lese euch da mal einen kleinen Abschnitt vor, wie er das für sich beschreibt. Ich fühle mich einfach Stunde um Stunde getragen. Ich steuere meinen Teil zu einem Plan bei, der mich selbst weit übersteigt. Dieses Gefühl der Kooperation mit Gott in kleine Dingen erstaunt mich ganz gewaltig. Wenn ich etwas brauche und mich umdrehe, merke ich, dass es hinter mir schon auf mich wartet. Sicher, ich muss arbeiten, aber Gott arbeitet mit mir zusammen. Das ist das, was Jesus selbst auch einmal an einer Stelle sagt. Der Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Also unser Wirken, unser Arbeiten ist letztlich ein Mitarbeiten an dem großen Werk, das Gott tut und das große Werk tut eigentlich Gott und wir brauchen eigentlich nur ein kleines Werk dazu tun, wenn wir denn wahrnehmen würden, was Gott im Leben tut. Frank Lorbeck hat dafür ein feines Gespür entwickelt, durch diese Idee, sich immer wieder auf Gottes Gegenwart hin auszurichten. Fünfter Impuls, spielerisch leicht Gottes Gegenwart entdecken. Also Frank Lorbeck hat ein echtes Interesse, Religion aus diesem ganzen Pflichtbereich mal rauszuholen, aus diesem Ernst und diesem, ich muss da jetzt was tun, was ich gar nicht will und was auch keinen Spaß macht. Er formuliert das extra so, dass er sagt, also Religion muss wieder leicht werden. Der Glaube muss auch Freude verbreiten. Das muss man gerne machen. Und sein Prinzip ist dann, es geht eigentlich im Glauben nur um eins. Ich muss mich eigentlich nur um die Gegenwart Gottes bemühen, alles andere tut Gott. Ich brauche mich eigentlich nur auf Gott hin ausrichten und alles andere fällt mir zu. Er schreibt, mir kommt es so vor, ich muss mich jetzt nur um etwas Einziges kümmern und alles andere erledigt sich von selbst oder alles andere erledigt Gott. Mein Beitrag besteht daran, diese Stunde im ständigen inneren Gespräch mit Gott zu leben, damit diese Stunde wunderbar reich wird. Und dieses Spiel mit Minuten ist für ihn eben genau dieses Spiel, dass man möglichst viel von einer Stunde dieses Gefühl und diese Wahrnehmung, diese Achtsamkeit kultiviert, dass Gott da ist. Und dazu hat er zum Beispiel in seinem Spiel mit Minuten unter der Überschrift, was mit Gewinnen gemeint ist, zum Beispiel 17 Möglichkeiten genannt, was man einfach tun kann, um diese Gegenwart Gottes im eigenen Leben stärker zu verankern, die Wahrnehmung dafür. Also du gewinnst deine Minute, wenn du während dieser Minute entweder erstens betest, zweitens an Gott denkst, drittens ein Andachtslied singst oder summst, viertens über Gott sprichst oder schreibst, fünftens darum bemüht bist, im Geist des Gebets ein Leiden irgendwelcher Art zu lindern, sechstens mit dem Bewusstsein arbeitest, dass Gott gegenwärtig ist, siebtens still zu Gott betest, achtens dich von Gott umgeben fühlst, neuntens auf ein Bild oder Symbol Christi blickst, zehntens einen Schriftvers oder ein Gedicht über Gott liest, elftens jemandem um Gottes Willen eine hilfreiche Handreichung bietest, zwölftens bei dir ein Gebet für die Menschen sprichst, denen du begegnest, dreizehntens der Führung deiner inneren Stimme folgst, vierzehntens etwas für das Reich Gottes planst oder arbeitest, fünfzehntens anderen Zeugnis von Gott, der Kirche oder diesem Spiel ablegst, sechzehntens mit jemand anderem Leiden oder Trauer teilst und zuletzt siebzehntens auf Gott horchst und in Blumen oder Bäumen, im Wasser, in Bergen, im Himmel ihn siehst. Also ein ganz weiter Horizont von Kleinigkeiten des Lebens bis zur großen Weite der Natur, in der man Gottes Gegenwart wahrnehmen kann. Also wenn euch das näher interessiert, soll ich das empfohlen, hier eine schöne Neuausgabe, Frank Lorbeck, in jeder Minute bist du da, seine Erfahrungen und auch die verschiedenen Spielmöglichkeiten, dieses Spiels um Gottes Gegenwart. Ich wünsche euch Gottes Segen beim Spielen und Entdecken der Gegenwart Gottes auf spielerische Weise in eurem Leben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.